Willkommen zu einer Folge Building Battle Welches Thema? Was? Welches Thema? Was? Building Battle, ja Was baue ich denn? Ich habe mir nichts überlegt, weißt du was? Pass auf Wenn ich das schaffe in der Zeit, das wäre mega Ich baue einen kleinen Creeper, Mann Nein So Wenn ich das jetzt gewinne, ne Den muss ich gar nicht so groß bauen So In vier Minuten, das könnte ich schaffen Ich hätte es gleich klein bauen müssen Ich hätte ihn, uah, gleich klein Verhalten müssen So Ich mach das mal hier mit So Sind die Beine nicht zu hoch jetzt? Ne, kann man so lassen So Nein So Mach ich den Körper einfach mal hier Na, obwohl So Nein Hä Hä, ich kann nicht Schade Drei Minuten übrig Das könnte mir reichen So Ich hoffe ich kriege überhaupt den Kopf auf die Art hin So Hier Zack 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 Nein So Das muss schon alles eine Richtigkeit haben Das muss schon alles gut aussehen Zwei 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 Das könnte von der Zeit her Genau reichen Man muss keine Arme und nichts machen Man muss einfach nur Ja Wo ist vorne? Hier ist vorne Den Kopf Mal ja also noch eins höher Also wenn ich damit nicht mindestens Fetter Platz werde Weiß ich auch nicht Das ist doch ein richtig süßer Creeper Ich mach die Erde sogar weg Ich hab nicht mal was vergessen Der Creeper Ist ganz süß geworden Na Also ich würde auf jeden Fall gut dafür voten Hat was Also es ist schlicht Ich hab sogar einen Creeper neben mir Das ist der Vorteil Ich hab da so ein Hier Hier so Ein Flush Creeper So ein Ja so Die Grö Die Größe Muss aufpassen mit der Cam Ja das ist Ich bin fertig 24 Sekunden noch Kann irgendwas verbessern Der hat eigentlich Der hat eigentlich schon Stil Und einen Faden Naja Hab ich auch gleich So Go Abstimmen Naja Das ist jetzt nicht wirklich Mühe gegeben Das ist Okay Das ist ja Build anything Du bist ja mit keinerlei Ah man kann Man kann auch mit anderen Sachen bauen Nicht nur mit Holz Oh Da ist ja nix wirklich Da seh ich nix Was soll das eine Pizza Mit Augen Mit Fühlern Oder was Da ist wirklich gar nix drin Nein Ich hab meinen Creeper Natürlich grün gemacht Nächstes Mal Baue ich einen grünen Creeper Also Näh Ich muss sagen Das ist trotzdem Meins bis jetzt am besten Ohne eingebildet wirken zu wollen Was soll das denn sein Bitte Was ist das für ein Zeug Wenn ich jetzt gewinne Mit dem Holz Creeper Das wäre so Das wäre so geil Allah Ist das euer Ernst Da hab ich ja sogar mit dem Holz Äh Mehr gemacht Ich gewinne nicht Das ist gut Das finde ich süß Was Was geben die mir für Punkte Rot What the fuck What the fuck Wenn ich Ich bin Höchstwahrscheinlich Oh das hat irgendwie Stil Das gefällt mir Gut Das hat Stil Da fehlt ein Block Aber egal Ist okay Ist ein Haus Finde ich okay Also ist nix drin auszusetzen Ich bin neunter Platz Ich bin neunter Platz Wie kann das sein Das war doch alles Nicht so wirklich gut Gut Die Mehrheit entscheidet Wenn es euch gefallen hat Schreibt mir mal in die Kommentare Wie ihr es so fandet Und könnt mir gerne ein Like da lassen Über ein Abo Würde mich sehr freuen Und ja Dann bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü